Also ich würde den Vorwurf der Hysterie auch so ähnlich sagen, oder ich würde sagen, dass Sie auch mit einer gewissen Rhetorik der Angst gearbeitet haben. Manche Beispiele, wo Sie auch die Sache übertrieben haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an den April 2021. Da haben Sie nochmal gesagt, wir brauchen einen letzten harten Lockdown, weil ansonsten sterben in der Altersgruppe 40 bis 60 Jahre 10.000 Menschen. Es gab dann keinen Lockdown. Und ich habe jetzt mal beim RKI gefragt, wie viele 40 bis 60 Jahre sind denn in dieser Zeit gestorben. Und es waren halt nicht 10.000, es waren 700. Sie tun dann so, als ob Sie immer auf Basis bester wissenschaftlicher Erkenntnis argumentieren. Und das war halt nicht so. Sie haben halt oft mit Angst argumentiert. Das ist der Tweet dazu hier. Und die Angst war nicht immer gerecht worden. Ich finde es sowieso eine relativ schlechte Art, muss ich sagen, zu kommunizieren. Ein Arzt nimmt Patienten eigentlich unbegründete Ängste. Und ich finde auch ein Politiker sollte nicht mit Ängsten operieren, die möglicherweise auf sehr wackeligen Beinen stehen.